So schon wieder zurück und wo wir in den letzten Holklings jetzt hier zu Brandmarken ich hoffe es gelingt uns wirklich die Hybris kommt in gezähmter Gestalt befreie die Karagordes Holklings und offenbare seine Torheit warte ich rieche etwas es ist ein Karagord es ist ein Karagord die Feuerwehr Lasskuka der Herzensfresser Okay, und noch zwei andere. Das glaube ich auch weniger. Das kannst du doch besser. Ich kenn dich diesen Trick. Ich steck den nieder. Auf in den Kopf, Jungs. Den Trick kenn ich schon. Dummer Kerl. Dummer Kerl. Lass mich nicht von ihm anfassen. Wir sehen uns wieder, Weitläufer. Lass hier. Ich weiß ja, das ist nicht mehr wieder, glaube ich. Du Mare. Es wird meine Jungs Stunden kosten, die wieder einzusperren. Bis dahin habe ich dich vielleicht zu Ende ausgeweidet. Ich weiß nicht, wie du das war. Sicher. Ich weiß nicht, wie du das war. Gehört. Ich bin so klug für diesen Trick. Halt, still. Dummer Walgoner. Das ist Schwachsinn. Beim nächsten Mal kriege ich meine Rache. Alles nicht. Mach nur, du Schrak. Auch nach meinem Tod bist du nichts. Als ein Verfluchter mit einer Toten Familie. Ja! Kirchkorb für den Vagabort! Was war denn? Gebrandmarkt! Was? Was? Ich kann mich nicht bewegen! Ich weiß nicht, dass ich da woanders geht. Wie funktioniert! Das ist nur ein Rückschlag! Die Menschheit wird in Saurons Schatten sterben! Es ist mein! So! Das war's! Auf jeden Fall jetzt mit dem hier! Und jetzt geht's glaube ich in dieser Mission! Der Herr von Mordor! So! Sehr, sehr gut auf jeden Fall bislang! So! Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän! Aye! Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady! Sie sind hier! Ox! Das sind üble Zeitgenossen! Aber ich hab schon schlimmere verschifft! Halt die Planke gerade! Hey! Nichts anfassen! Königin Marvin! Es tut gut, euch wohl aufzusehen! Die Boote sind bereit! Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert! Gut! Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will! Ich stehe an eurer Schuld! Wir schulden dir unser Leben, Talion! Setzt diesem Wahnsinn ein Ende! Milady? Na gut! Wir schulden! Jetzt kommt es zum großen Showdown! Scherack! Der Scherack! Der Scherack lässt uns Stück für Stück ausbluten! Der Scherack streckt uns nieder! Er stiehlt unseren Verstand! Stiehlt unseren Willen! Er nimmt uns Mordor! Genug! Genug! Er füllt die Luft mit Urug-Schrei und drängt den Boden mit Urug-Blut! Tai- Thatsak! Der Scherack jetzt! Der Scherack sah! Der Scherack lime! pouvoir zählt ihnen! Der Scherack vers Du! Du! Ein Mann der niemals stirbt! Großartig! Das wird ein Spaß! An dich kann ich mich aber noch erinnern, wo glück der Sammler Diese großen Schlag dürfen wir jetzt nicht aufgeben und das... Das war das Ressourcen hier! Das ist ein Blitz! Geht auf! Das ist ein Blitz! Das ist ein Blitz! Das ist ein Blitz! Entschuldigung! Die letzte Abrechnung steht bevor! Die Festung der schwarzen Hand! Das ist ein Blitz! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay, ist egal, jetzt lassen wir es mal so Das ist eine Falle, die Stille täuscht uns Welche Art von Magie ist das? Okay Ich muss das mal machen. Ich muss das mal machen. Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Troms. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Knie nieder! Und ich bringe dich dem dunklen Herrscher unversehrt. Wir knien vor niemandem. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Kelebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Kelebrimbor ist dein Flug. Er hat dich erwähnt. Schweig still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Ich glaube, ich würde es mich öffnen. Wie schön gegen solche Schwäche, Schmerz und einen so gebrochenen Verstand anzutreten. Warum bist du nicht mit uns? Oh mein Gott. Wofür kämpfst du noch? Ich weiß nicht, was aus dir ist. Ich weiß nicht, was aus dir ist. Ich weiß nicht, was aus dir ist. Du bist schon so oft den Garten gestiegen. Ich werde dich wieder und wieder tot lassen. Bis du einsiehst, dass du unter der Erde bleiben und nie leben solltest. Okay. Du glaubst, du kannst das Kroo-Six. Du haste den Kroo-Bereich ret unseren. Wofür kämpfst du werfeierlich. Das ist nicht nur ein Kroo-Six. Oder das ist nicht nur repräsentiert. Säge dich ernein. Du hast dich,имся aus der Welt sehen. Juste dir dich. Oh. Dein Körper ist starr. Okay. Wie willst du die Dunkelheit dieser, wenn du nicht einmal bist? Du bist nicht mehr mein Vater. Sergent? Bist du bereit für den Kampf? Natürlich nicht. Und du wirst es nie sein. Nicht gegen dein eigenes Geist. Nicht. Und überlasse die Tür. Mordos. Bald sind wir wieder zusammen. Jetzt habe ich dich wieder neu. Wenn du weg bist. Wieder und wieder kommst du. Aber wenn ich für dich bin, bleibst du so tief begraben, dass ich dich schreie. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Schön gemacht. Wenn du, wie du siehst, werde ich nicht überlegen. Aber wenn du dann wieder. Du siehst, du siehst, du siehst. Ich rester nach. Du siehst, du siehst, ich bin die Leidin, aber du siehst. Ich bin der Leidin. Ich bin der Leidin. Der Leidin. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Na gut, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.